Mit unserer Brücke wollen wir den Zusammenhang der Menschheit repräsentieren. Egal wie unterschiedlich wir vom äußeren Wirken, ist unser innerer Wert gleich. Hier wird gezeigt, dass Hass, Ignoranz, Geizigkeit, Eifersucht und Krieg die Menschheit voneinander trennt. Das verursacht die Risse und Brüche der Brücke. Doch wenn die Menschen zusammenhalten, wird der Bruch aufgehalten.